Wie Musikvideos die Trends kaputt machen und wie sinnlos die Trends eigentlich sind. Können wir uns reinziehen? Jo Freunde der Reichweite! Und mein KuchenTV ist nicht mehr gebannt auf Twitch. Er hat seinen Kanal wieder. YouTube ist schon lange keine wirklich faire Plattform mehr. Während hier immer mehr große Firmen wie DAZN, SKY oder RTL sich ausbreiten, wie sonst was, die Trends einnehmen mit ihren Millionenbudgets, tausenden von Mitarbeitern und Lizenzen, die man als normaler YouTuber gar nicht mehr bekommt, hat man hier als kleiner Creator eigentlich immer weniger Chancen. Das ist so, als ob du gegen den Typen hier kämpfen musst und alles was du hast ist eine Fortnite Nerf Gun. Ich besitze sowas. An sich könnte man mich jetzt natürlich das Gehirn amputieren, was er eins hat. Wer hat denn bitte so eine Nerf Gun von Fortnite? Sorry, aber das ist eine bodenlose Frischheit. Eine hodenlose Frischheit, Leute. Das geht gar nicht. Ich flame und sage, der Kuchen, der beschwert sich nur darüber, weil der dann weniger Reichweite bekommt. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bin eigentlich sogar ziemlich glücklich darüber, dass solche Firmen hier auf dieser Plattform vertreten sind. Denn dadurch wächst natürlich auch YouTube und es kommen mehr neue Nutzer auf diese Seite. Und ich habe gerne Leute in meiner Community, von denen RTL selber denkt, dass sie zu doof sind, RTL Now zu schreiben. Weswegen man auch auf die Seite RTL Now mit N-A-U kommt. Und an sich ist es ja auch nicht so, dass man hier als Creator jetzt irgendwie gar keine Chance mehr hat. Ich meine, ich bin ja auch relativ groß geworden. Aber es gibt eine Seite auf dieser Plattform, die ich wirklich absolut unfair finde. Und darüber wollte ich in diesem Video einmal sprechen. Könnt ihr schon erraten, was ich meine? Weil es steht ja auch überhaupt nicht im Titel. Richtig, meine Freunde. Heute geht es um die YouTube-Trends. Eine Seite im YouTube-Universum, wo eigentlich von Platz 1 zu 50 die Videos aufgelistet werden sollen, die in Deutschland momentan am meisten abgehen und übelst antrennen sind. Und obwohl ich den Algorithmus nicht zu 100% verstehe, beziehungsweise man weiß auch eigentlich gar nicht so richtig, wie der funktioniert, aber selbst nach einer 5-minütigen Recherche auf der Seite, merkt halt jeder Laie, dass da halt offensichtlich irgendwas nicht so wirklich funktioniert, beziehungsweise das Ganze einfach keinen Sinn macht. Das Erste, was halt einfach maximal unfair ist, ist die Tatsache, dass da wirklich jedes Video auftauchen kann. Also egal, ob das jetzt ein kleiner Creator ist. Also ich muss das mal sagen, zu den Trends generell. Ich gucke schon gar nicht mehr auf die Trends. Ich weiß nicht, guckt ihr auf die Trends? Seid ihr welche, die die Trends angucken? Ich kann nicht, ich, wirklich die Trends, ich bin ehrlich, die Trends, ich habe gar keinen Bock auf die Trends. Weil wisst ihr, was da immer drin ist? Musikvideo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht runter bis zur 50. Ich habe schon gar keinen Bock mehr auf Trends. Und ja, die ganzen Musikvideos, oh Gott, es juckt mich gar nicht. Ein Rotz, ein absoluter Rotz für die Leute, die sich da hochkaufen. Es ist richtig unnötig einfach. Aber man merkt einfach, die Leute, die halt Geld haben, die investieren dort halt rein, damit die halt in den Trends erscheinen. Wer es anders nicht schafft, ist halt einfach schlecht. Musikvideo oder halt eine Riesenfirma. Natürlich ist das Ganze erstmal grundsätzlich sinnvoll und auch fair. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, dass wir in einer Scheindemokratie leben. Denn ich sehe hier niemanden, meine Werte repräsentieren. Außerdem ist die Trendseite, wenn man dann auch ein bisschen drüber nachdenkt, doppelt unfair. Die erste Frage, die ich mir halt überhaupt stelle, ist, warum Musikvideos überhaupt auf der normalen Trendseite angezeigt werden. Denn Musikvideos haben im Gegensatz zu ganz normalen YouTube-Videos, die einfach nur unterhalten sollen, einfach sehr, sehr viele Vorteile. Deswegen werden wir auch gleich einfach mal ein ganz normales YouTube-Video mit einem Musikvideo vergleichen und einfach mal so schauen, wo da eigentlich die Unterschiede sind. Aber vorher, wie funktionieren die Trends eigentlich genau? Naja, wie gesagt, kann man das zu 100% nicht sagen. Aber was man weiß ist, dass YouTube Statistiken und hohe Zahlen einfach lieben. Aus diesem Grund zählt zum Beispiel die Watchtime sehr, sehr doll da mit rein. Das ist der prozentuale Wert, wie lange dein Video... Ja, 6 Minuten und 48 ist eigentlich ein ganz guter Wert, ne? Also kommt jetzt drauf an, wie lange das Video ist. Aber wenn es jetzt ein 10-Minuten-Video ist, ist das gar nicht mal so schlecht. Über 60% geht für... ...video gesehen worden ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein 10-Minuten-Video hochlade, aber die Leute gucken das im Durchschnitt nur 2 Minuten, ist es halt nicht wirklich so gut. Wenn ich aber in einem 10-Minuten-Video eine durchschnittliche Watchtime von 6, 7, 8 Minuten habe, dann ist das halt ziemlich gut. Und dann sieht YouTube natürlich auch, Ah, sehr viele Leute interessieren sich anscheinend dafür, denn sie bleiben länger auf diesem Video. Dazu natürlich noch die hoffentlich einsehbaren Sachen. Ich muss... Also ich kann euch sagen, bei mir ist die Watchtime... Oh, warte. Die letzten 28 Tage hatte ich eine Watchtime von 5 Minuten 34. Ich würde sagen, meine... Also ich hatte ungefähr Videos gemacht, so die zwischen 8 und 9 Minuten gehen. Da sind das auch so um die 60%. Das geht völlig fit. Wenn ich 10 Minuten habe, dann ist das halt ziemlich gut. Und dann sieht YouTube natürlich auch, Ah, sehr viele Leute interessieren sich anscheinend dafür, denn sie bleiben länger auf diesem Video. Dazu natürlich noch die öffentlich einsehbaren Sachen. Müsste Knusperdhaus nicht mal wieder was machen. Er hat auch gesagt, jeden Monat ein Video macht er halt nicht, ne? Aber es war klar. Also wenn man sich solche Ziele setzt, ist klar, dass er das nicht ein... Wie zum Beispiel Bewertungen und Kommentare. Da sieht YouTube ebenfalls, ob sich halt viel mit dem Video beschäftigt wird, ob da halt viele Interaktionen sind. Und auch das spielt er halt mit rein, ob ein Video weiter oben in den Trends angezeigt wird oder halt gar nicht. Und jetzt vergleichen wir ein Musikvideo mal mit einem normalen Video. Die Watchtime eines Songs ist natürlich deutlich höher, da das Video einfach viel, viel kürzer ist und man Musik, selbst wenn man den Song nicht so unfassbar geil findet, oftmals trotzdem zu Ende hört. Ich meine, das sind dann eh nur 2 oder 3 Minuten. Beziehungsweise gibt es ja auch viele Leute, die sich die Songs dann halt mehrfach anhören. Außerdem gibt es auch Menschen, die YouTube-Musik beim Zocken anmachen und so kann der Song auch automatisch nochmal gepusht werden. Dann ist der Hype um einen Song natürlich viel, viel größer. Ich meine, ein Künstler bringt ja nicht wie ich 4 Videos in der Woche, sondern vielleicht einen Track alle 1-2 Monate. Die Leute freuen sich da einfach viel mehr drauf und daher gibt es auch deutlich mehr Interaktionen. Dazu ist natürlich auch die Qualität viel höher. Ich meine, Mero gibt für ein Musikvideo bestimmt ein paar Tausend Euro aus. Das kann ich mir bei meinen YouTube-Einnahmen jetzt nicht 4 Mal in der Woche leisten. Dazu ist Musik natürlich auch massentauglicher als normale Videos. Challenges oder meines Blogs feiert halt nicht jeder, aber grundsätzlich Musik, das hört halt jeder Mensch, zumindest jeder. Naja, also Musik hört jeder Mensch. Wir haben jetzt hier aber Mero abgebildet. Die Frage ist, inwiefern verstehen das die Menschen unter Musik? Das ist halt jetzt die Sache. Der halt kein Psychopath ist. Und man darf nicht vergessen, einige Künstler kaufen Likes, Aufrufe und Kommentare. Einmal alle paar Monate mit dadurch steigenden Spotify-Einnahmen und Chartplatzierungen kann man das natürlich machen. Keine Musik. Würde sich jetzt eher weniger lohnen, wenn ich da 4 Mal die Woche Tausende von Euros reinbutter. Man merkt also, dass meine Videos beispielsweise gegen einen etablierten Künstler, der hier ein Musikvideo rausbringt, einfach überhaupt keine Chance hat. Und das Ganze ist meiner Meinung nach halt einfach saurmäßig unfair. Ich meine, ich verstehe YouTube halt nicht, warum sie nicht einfach eine eigene Trendseite für Musik rausbringt. Beziehungsweise gibt es das ja sogar. Es gibt den Unterpunkt Trends Musik. Allerdings werden die halt trotzdem noch mit in die normalen Trends mit einberechnet. Und wie gesagt, haben da normale YouTube-Creator einfach überhaupt keine Chance, weil Musikvideos eben sehr, sehr viele Vorteile bieten. Es ist ja auch so, dass Künstler momentan ihre Songs immer am Donnerstag um 23.59 Uhr hochladen, weil die Chartplatzierungen von Freitag 0 Uhr bis Donnerstag 23.59 Uhr gehen und man so halt wirklich die kompletten 7 Tage mitnehmen kann. Ich habe einfach mal an zwei zufälligen Tagen am Freitagnachmittag in die Trends geguckt und habe einfach mal geschaut, wie viele Musikvideos da so vertreten sind. Am 30. Oktober 2020, ja, das Video ist halt schon ein bisschen länger geplant, waren es 23 Stück. Davon übrigens auch die ersten 8 Plätze komplett und von den ersten 16 Videos waren 13 irgendwelche Lieder. Insgesamt sind in den Trends, wie gesagt, 50 Videos. Das heißt, ungefähr die Hälfte war einfach voll mit Musikvideos und die Topplätze waren halt komplett belegt. Am 6. Dezember 2020 waren es 19 Videos. Auch hier wieder Platz 2 bis 8 nur Musikvideos. Platz 1 war das Haus von Monte, lustigerweise. Man sieht also hier deutlich, dass es als normaler Künstler quasi unmöglich ist, wenn du am Donnerstag ein geiles Video hochlädst, dass es am Freitag dann ganz weit oben in den Trends ist. Außer vielleicht du bist Montana Black, weil Musikvideos die Topplätze halt einfach unter sich ausmachen. Hier herrscht meiner Meinung nach also ganz klein Ungleichgewicht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, hä, aber es ist doch kuck egal, wer welche Platzierung hat, es geht doch nur um Spaß oder geht es dir nur ums Geld? Nein, natürlich geht es mir nicht nur ums Geld, aber YouTube ist halt trotzdem ein Business und die... Es geht um Reichweite, ja. Also ich denke, also für mich persönlich, die Trends, da geht es mir noch nicht... Also mir geht es persönlich da nicht um Reichweite, würde ich da reinkommen. Mir geht es darum, um mich einfach mal zu erfreuen, dass man in den Trends ist. Einfach nur aus Prinzip, aber ich bin auch gar nicht geil auf die Trends, ja. Ich habe da gar keinen... Also wenn ich in den Trends wäre, würde man sagen, oder würde ich sagen, ja, das ist halt einfach mal eine coole Sache, dass mein Kanal so trendet, aber ansonsten ist das für mich nichts Besonderes. Und mich jucken die Trends auch nicht, weil das so totgebombt wurde von irgendwelchen Musikvideos und so, da hast du ja keine Lust drauf. Zumal die Trends mehr negativ angesehen werden als andere. Also sobald ein Video auf Trends Platz 1, Platz 2 ist, wird es auch irgendwo... Also ich weiß nicht warum, aber übelst viele negative Bewertungen kommen da auch direkt mit rein. Die Trendseite gibt dir halt eine gute Möglichkeit, neue Zuschauer zu erreichen. Außerdem sollte das System ja trotzdem halt irgendwo fair sein und nicht so, dass halt einige Künstler ganz klar den anderen vorgezogen werden oder die halt besser behandelt werden. Das Lustige ist ja auch, dass mich diese Musikvideos eigentlich nicht mehr betreffen, weil ich mein Video erst am Freitagabend hochlade und nicht am Donnerstag. Mein Video würde also sowieso erst Samstagmittag oder Nachmittag in den Trends auftauchen und da sind die meisten Musikvideos halt sowieso schon wieder weg, weil man sich normalerweise in den oberen Trendplätzen so einen Tag aufhält. Das nächste, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind einfach generell Videos, die in den Trends auftauchen. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal vom 6.12. den 5. Platz. Das ist halt Wetter online. Südalpen versinken im Schnee. Hat halt 1400 Bewertungen und 314 Kommentare. Wahrscheinlich eine Meg... Das ist ja noch nicht mal ein Video, wo man sagen muss, Alter. Also, das muss man pushen. Also, das ist so ein richtig uninteressantes Thema. Totscheik. Ja, Watchtime, aber ich finde, das sollte halt nicht alles sein. Vor allem geht das Video halt nicht mal 2 Minuten. Natürlich schauen die Leute das zu Ende. Du hast ja kaum Zeit, um wegzuklicken. Vor allem wird das Video halt auch nur so gut geklickt, weil halt Schnee in Europa was komplett Ungewöhnliches geworden ist. Nehmen wir einfach mal mein Video zu den Obdachlosen als Beispiel. Ja, ich weiß, sie sind nicht am selben Tag gekommen, da waren noch nicht dieselben Videos in den Trends und, und, und. Aber wir gucken uns das trotzdem einfach mal an. Das Video hatte nach einem Tag ca. 180.000 Aufrufe, 950 Kommentare und ungefähr 20.000 Bewertungen. Also von allem deutlich mehr als das Video von Wetter Online. Aber weil das Video halt nur 1 Minute 14 geht und meins halt ein bisschen über 8 Minuten, ist halt mein Video einfach gar nicht in den Trends vorhanden. Und ja, ich weiß, im Vergleich zu deren anderen Videos ist das halt schon irgendwo abgegangen. Aber ganz ehrlich, ich meine, die laden so Videos hoch wie So läuft der Recruiting-Prozess ab oder WLAN-Wetterstationen. Ja, moin. Ich meine, natürlich kriegen solche Videos keine Klicks. Ich meine, ich kann doch jetzt auch 10 Kack-Videos auf KuchenTV hochladen und dann wieder ein normales Kuchen-Talks. Das heißt ja nicht, dass das Video dann krass abgeht, wenn ich mal ein paar Klicks mehr mache als im Durchschnitt, oder? Man darf hier auch nicht vergessen, dass es deutlich einfacher ist, ein Video bei 30.000 Abonnenten zu haben, was halt deutlich mehr Klicks als der Durchschnitt bekommt, weil du halt einfach noch gar keine so große Reichweite hast. Sie haben einfach fast das Vierfache ihrer Abonnentenzahl als Aufrufe. Wenn ich das machen wollen würde, dann müsste mein Video halt knapp 4 Millionen Aufrufe haben. Das ist dann doch eher unrealistisch im Durchschnitt. Und überhaupt mal was zu Watchtime. Ich habe so ein 5-Sekunden-Troll-Cake-News mal hochgeladen und das hat einfach eine Watchtime von über 100%. Also ja, das ist sehr aussagekräftig. Zum Zeitpunkt der Scripts ist zum Beispiel auf Platz 7 ein Video von Cheyenne Garcia. 45.000 Aufrufe, 5.400 Bewertungen und 420 Kommentare. Hehe, 420. Nach 16 Stunden. Platz 7. Also ist das in ganz Deutschland das Video, was am siebtenmeisten momentan abgeht. Wahrscheinlich, oder? Bei den Klicks und der Interaktionsrate. Platz 8. Es ist halt nicht nur das, ne? Es gibt auch manche, die kaufen sich dort rein. Da haben die Videos, zum Beispiel Werbungen, ne? Ich weiß gar nicht, was das für eine Werbung war. War es die Aldi-Werbung oder irgendeine Lidl-Werbung? Bin mir gerade nicht so sicher. Hatte 3 Millionen Aufrufe, 1000 Likes, 4000 Dislikes und war in den Trends Platz 1 oder Platz 2, wo ich mir so dachte, what the fuck, alter? Wie kann man bitte so schlecht sich dort reinkaufen oder reinbotten? Man weiß natürlich nicht, was gemacht wurde. Um dann zu verkacken eigentlich. 8 ist gerade Beauty-X-Vlogs. 88.000 Aufrufe, 6.800 Bewertungen und 450 Kommentare. Wie gesagt, das ist noch nicht mal gut, ne? Das ist noch nicht mal so... Also da gibt es halt hunderte Kanäle, hunderte deutsche Kanäle, die wahrscheinlich besser sind im Ranking. Platz 8. Lustigerweise geht Platz 7 weniger als Platz 8, aber das ignorieren wir einfach mal. Mein Cake News hat nach 20 Stunden 142.000 Aufrufe, 18.000 Bewertungen und 920 Kommentare. Und es ist halt nicht mal Platz 50. In welcher Welt trennen die beiden Videos, die ich eben erwähnt habe, bitte mehr als mein Cake News? Kann mir das mal bitte irgendeiner erklären? Egal wie man... Naja gut, man muss aber auch sagen, das Grund dafür einfach scheiß Videos machen, dass es einfach viel zu peinlich wäre, das irgendwie ins Ranking mit reinzunehmen. ...das halt dreht und wendet. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Außer die Watchtime ist halt das Einzige, was da einberechnet wird. Aber das würde genauso wenig Sinn machen, weil das dann je nach Community immer noch mal variieren kann. Bei meinen Cake News zum Beispiel gibt es halt 100%ig Leute, die vielleicht nur für ein oder zwei Themen in das Video klicken, den Rest dann halt aber gar nicht schauen, weil das halt Themen sind, mit denen die sich ja gar nicht befassen wollen. Wenn ich halt einen Vlog hochlade und irgendwelche Sims gucken sich das bis zum Ende an, ja toll, dann hat es aber nichts damit zu tun, und ob das Video jetzt mehr trendet oder nicht. Auf Platz 20 ist zum Beispiel irgend so ein Holz-YouTuber. Ich meine, kaum Interaktion. Die Like-View-Rate liegt bei 17. Also jeder 17. Zuschauer hat das Video geliked. Bei mir ist das halt meistens unter 10, was übrigens mega gut ist. 10 soll man so erreichen. Und ich bin da immer noch ein bisschen drüber, Jungs. Danke dafür. Like das Video. Ich meine, das Video hat halt auch extrem wenige Kommentare. Also wo trendet dieses Video denn bitte? Das Ganze macht halt, wie gesagt, einfach null Sinn. Wie gesagt, haben diese Videos wahrscheinlich einfach eine gute Watchtime. Aber ich finde, das kann doch nicht der Hauptpunkt sein, wie man in die Trends kommt. Ich meine, die Videos haben halt einfach kaum Interaktion. Ja, sie haben halt eine feste Community und die gucken sich das auch bis zum Ende an, aber außerhalb dieser Bubble scheint das halt wenig Leute zu interessieren. Sonst hättest du nach 16 Stunden nicht 45.000 Aufrufe. Und man könnte hier halt wirklich so viele Videos reinnehmen. Zum Beispiel auch das von MikiTV. Also No Front, aber 34.000 Aufrufe, 7.000 Bewertungen und 5.000... Aber es hat viele, also man muss sagen, bei 34.000 Aufrufen ist die Like-Zahl richtig hoch. Ja, 7.000 Likes was bei 34.000 Aufrufen. Das kommt schon fast an meine Werte ran, ja. Also Respekt, Miki. 60 Kommentare. Ja, Bewertungen und Kommentare sind wirklich echt über dem Durchschnitt. Aber wo trendet das, Digga? 34.000 Aufrufe, das mache ich in einer Stunde. Ich finde es halt einfach sehr, sehr schade, weil die Trends halt einfach so überhaupt keinen Sinn machen und einige Creator einfach gar keine Chance haben, da überhaupt reinzukommen. Und was mich persönlich natürlich am meisten stört, ist die Tatsache, dass mein YouTube-Kanal halt für die Trends einfach geblacklistet ist. Ich meine, es war gestern auch ein Video von Tim und Timothy in den Trends, wo... Was? Sogar das Ding ist in den Trends? Also ich meine, es ist schön, dass es in den Trends ist, ne? Ich habe mir das Video auch angeguckt, weil es eine coole Aktion ist, aber so... Wo ich persönlich auch sagen muss, naja, Digga, das ist nicht wirklich getrendet, zumindest nicht auf ganz YouTube-Deutschland gesehen. Früher waren die Videos auf Kuchen.de immer zwischen Platz 6 und 10, jedes Mal. Und dann von einem auf den anderen Tag, bam, gar nicht mehr, nie wieder in den Trends. Es ist vollkommen egal, wie krass ein Video bei mir abgeht oder nicht. Ich habe zum Beispiel mal ein Video über Simon Desio hochgeladen und das war das Video von mir, was in meiner ganzen YouTube-Karriere bis zu dem Zeitpunkt am meisten abgegangen ist. Das hatte irgendwie nach zwei Stunden 100.000 Aufrufe oder so. Nicht mal Platz 50. wahrscheinlich war das nicht mal Platz 50, oder? Und das kann man heutzutage wirklich bei jedem Video von mir sehen. Und das ist natürlich ebenfalls einfach komplett unfair. Ich will hier gar nicht rumheulen. So wichtig sind mir die Trends auch nicht. Aber es nimmt mir halt einfach eine richtig gute Möglichkeit, neue Zuschauer zu erreichen. Und gerade als Meinungsblogger wäre ich da halt einfach super oft drin, weil gerade wenn man über gehypte Themen redet, gehen die natürlich extrem ab. Ich meine, das Obdachlosen-Video hat auch nach irgendwie einem Tag 180.000 Aufrufe gehabt. Die Videos über Abred und Karine hatten nach einem Tag irgendwie zwei... Alter, das ist echt krass, ne? Ich meine, das ist 456.000 Aufrufe. 19-Minuten-Video. Alter, KuneV, ne? Wenn er da eine relativ gute CPM gehabt hat und das gehe ich davon aus, bei 19 Minuten... Alter, schmeckt auf jeden Fall, ne? Das ist ein Thema. Da kannst du auf jeden Fall gut Geld verdienen. Zumal die CPMs bei... Ich glaube, bei KuneV ist der auch gar nicht so schlecht. Bei Chasnero ist der übel hoch, der CPM. Alter, der hat einen CPM, der ist nicht normal. Ja, das ist einfach unge 2.0. 300.000 Und das sind alles Videos, die halt angeblich nicht mal Platz 50 in den Trends sind. Aber irgend so ein komischer Holz-Youtuber mit kaum Klicks oder Interaktion ist dann irgendwie Platz 20 oder was. Also, wem willst du das bitte erklären? Ich weiß natürlich auch, dass mein Content früher sehr kritisch war und ich hätte mich wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt geblacklistet, aber wäre es nicht langsam mal eine Zeit, dass wir gehen zurück... Das ist nicht der scheiß Ernst. Yo, Steam, Bro, alles klar, ich weiß Bescheid, dass du dich hier öffnest. ...zunehmen und mir die gleichen Möglichkeiten zu bieten wie jeden anderen Creator auch. Ich meine, ich habe alle Funktionen freigescheidet, ich habe meine Partnerschaft wieder, aber bei den Trends sagen die, nein, du nicht. Dazu beschwert sich auch viele... Mach einfach beides, Eloha. ...leute, dass zum Beispiel so DAZN-Videos, also so Fußball-Sachen in den Trends sind. Und ja, das kann man natürlich kritisch betrachten, weil die natürlich Lizenzen und Möglichkeiten haben, die halt kein normaler Creator hat. Ich finde das persönlich aber gar nicht so schlimm, das hat sich irgendwie auch von selbst reguliert. Jetzt gerade zum Beispiel sind nur drei Fußball-Videos in den Trends und ich denke mal, das ist halt was, was man halt noch überleben kann, solange es halt keine 23 Musikvideos sind. Was sagt ihr dazu? Habe ich recht oder habe ich recht, meine Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Ich finde, Tim hat nicht recht in der Hinsicht. Ich finde, er ist einfach lost und geht einfach gar nicht fit. Wer findet ja auch, also eins in den Chat, wer findet, dass Tim einfach nicht im Recht liegt? Also wir müssen sogar gefühlt zwei einsen. Okay, nee. Let's go. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich kann das nicht akzeptieren, den ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal.